Wir sind die Schiiten, wir sind die Schiiten, die beschimpfen uns mit Raffida, damit sie sich selbst verstecken hinter diesen Schleier, nämlich die Feindschaft zu Hussein, und zu Muhammad SAW. Er sagt hier in Band 8, Seite 220, Das heißt, die Nawasib, die Nasibi, sie waren gegen die Raffida und die Schiiten. Das heißt, es gibt Schiiten, es gibt Raffida und es gibt Nawasib. So, wir sind die Schiiten, die Raffida gibt es nicht mehr, sie sind ausgerockert. Das ist eine Überraschung. Du sagst, Skandal? Hier ist Skandal. Skandal haben deine Sahaba. Nicht wir, die Schiiten und Raffida. Alhamdulillah, wir sind Raffida. Wir machen Raffida, wir lehnen ab. Die Ungerechtigkeit der Kulafa, die gekommen sind und wurden von solchen Menschen wie du gefolgt. Solche Menschen wie du gefolgt. Und du sagst, du bist gebildet? Das ist eine Überraschung. Untertitelung des ZDF, 2020